Moin moin zusammen zu einer neuen Runde The Universum Alpha 20. Kann man hier weg machen, passiert hier nix, weil wir haben ja unser Hauptquartier noch nicht gesetzt. Wir schauen mal wieder rein, es gibt ein paar Erneuerungen, neue Gebäude, ein Quest nenne ich jetzt mal so, also Aufgaben. Und hier oben, das hier, ja, Power, God Power oder sonst irgendjewas, für eine Funktion, die jetzt, ich zeig's euch gleich, das ist nämlich das hier, ja. Das könnt ihr auswählen, zum Beispiel hier, Star Tornado, 650 God Power kostet das in der Art oder hier auch mal, ja, na sag schon, zwei Singles, die kann ich dazu zwingen, dass sie keine Singles mehr sind und dann für Nachwuchs sorgen, als Beispiel oder hier, das ist übrigens nicht, wenn sie sich die Knochen gebrochen haben, das macht es wieder heil, aber tut die Stimmung ein bisschen anheben. Wenn ich anklick, das kostet zum Beispiel nur eine God Power und über Zeit steigt das hier, ich kann das ja zum Beispiel jetzt auswählen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das auswähle, ja, als Beispiel, dann sehe ich hier oben 30, wenn ich das hier auswähle, ich hab noch null, also passiert noch nix, außerdem haben wir noch gar nix gebaut. Und es gibt ein paar neue Gebäude, da schauen wir jetzt mal rein, ihr wisst ja, diese kleinen Alpha Updates von Universum, die gehen nie richtig lang, die gehen vielleicht über zwei, maximal drei Folgen, ja, weil viel hat das Spiel noch nicht zu bieten, schon gar nicht andere Epochen, immer noch nicht nach zig Jahren, wo gehen wir da jetzt mal hier hin, da ist Stein, da ist ein bisschen was zu essen, hier haben wir Platz, da ist Wald, komm, hier gehen wir hin, zack. Tutorial brauchen wir nicht, ja, würde ich skippen, mach mal bitte, hier ein bisschen den Ton höher, okay, alles klar, da sind sie. Unsere Kleins gibt es jetzt auch Schule, wir können ausbilden, der baut er gleich hier, ja klar, er baut gleich ein Haus, man, 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 was wir aber bauen müssen, was aber noch gar nicht geht, wenn mich nicht alles täuscht. Das Archiv brauchen wir noch nicht, das ist zum Abspeichern, ihr wisst das ja, wenn ihr das schon gesehen habt, also schnell mal erforschen, das ist das hier, brauchen wir, die Maul nehme ich sonst gleich rum. Was soll man hier? Acht Minuten schon, hier, 16, können wir mal, okay, wir gucken mal, was, sind ja nur noch ein paar Sekunden, ich mach auch mal, wir können ja gleich ein bisschen schneller vorwärts machen. So, komm mal her. Zack. Ähm, Engineer Sat, mach mal bitte. Und hier, nee. Äh, hier, Move Speed, nehmen wir gleich mit. Alles klar, so, jetzt haben wir schon mal hier Wasser. Den brauchen wir sowieso auch, den setzen wir jetzt mal da hin. Und Wasserpumpe. Haben wir die jetzt eigentlich? Da ist sie. Da hin. Ich glaube, die machen wir gleich als erstes, tun die priorisieren. So, wir haben jetzt ja auch eine Gebäudeübersicht, das ist die hier. Ja, kann man dann auch den Zustand sehen, wenn wir die Ingeniere nachher haben und auch hier mal priorisieren. Aber priorisieren ist nur, bezieht sich nur auf das Bauen, wenn ich ein Gebäude baue. Oh, ich kann nicht priorisieren aktuell, wenn ein Gebäude schon stark zerstört ist, dass diese Ingeniere da hingehen. Leider. Ja. Ist immer noch so. Kann aber auch hier abschalten. Oder, nee, ich kann nur sehen, ob es abgeschaltet ist. Ne, muss immer noch zum Gebäude. Wie viel Wasserverbrauch ist, etc. Der mault wahrscheinlich schon rum. Da ist er schon, ne, weil die Wasserpumpe ist noch nicht fertig. Dem ist halt jetzt so. Und, äh, so, mal gucken wir hier, dass wir jetzt recht schnell die Schule zum Beispiel bekommen. Der rann ich noch nicht. Was macht denn er hier? Äh, äh, äh. Mach das mal bitte. So. Wir brauchen das Wasser, aber an diesem Ruckeln, oh, komm hier, da. Ein Wal. Hat sich noch nicht viel getan. Ich mach mal hier auf normal. Telekinese heißt einfach Gegenstände durch die Gegend tragen. Dann hauen die aber ab, da kriegen sie nämlich Panik. Ich zeige euch mal, wie das jetzt geht. Also ich hab jetzt die Telekinese hier ausgewählt. Kostet uns 5 Punkte. 23 Kammer. Control. Äh, wird's ein bisschen hell. Maus-Button. Na. Oh. Also nochmal, Control. Zack. Da, hauen sie ab, ne? Hahaha. Er hat die Panik, ich kann damit machen, was ich will. Zack. Und dann lass ich's halt da hinfahren. Oder schmeiß da jetzt den Stein weg. Idiot. So sollten wir das natürlich nie machen. So, habt ihr jetzt mal das Wasser da bitte fertig? Nö, haben sie nicht. Gieß die weg. Korrekt da. Nein. Macht mal die Pumpe fertig. Das ist am Anfang immer dieses Problem hier. Und wir haben drei Supporter. Aber ist noch nichts da. Ähm. Starten wir gleich mit nem Bug. Geht schon los, ne? Geht er schon los mit nem Bug? Wo haben wir denn hier? Holen wir die Fischerei hier rein. Alter. Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ich nehm mal einen. So. Flupp. Ey. Ihr seid aber nicht tot, ne? Hört euch, steht mal auf. Baut mal. Nicht hängen bleiben, ne? Hab ich euch jetzt damit gerettet? Ey, wie wollt ihr da was bauen, wenn noch kein Material da ist? Ist nicht euer Ernst, dass wir hier schon rumbacken, ne? Das ist ein Bug. Okay, ich sag euch eins. Also, das ist immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ähm. Ja, ich wollte zu Exit. Also, mir startet ein neues, ne? Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Haha. Ein Neueinfang. Und da gehen wir mal... Ne, da hinten haben wir mehr Platz. Da machen wir aber nicht das Essen kaputt. Also gehen wir hier hin. Machen wir Steine. Da hinten ist ein bisschen weiter. Wir haben sogar ein bisschen viel Steine. Hier gehen wir hin. So. Da ist sogar ein Vieh. Zack. Evolution Tower, bitte. Skip Tutorial. Ja, möchte ich. Er baut auch gleich schon wieder, ne? Hm. Was habt ihr denn hier wieder verzapft, Leute? Also. Was da wäre? Wasser. Bitte. Gehen wir auch mit. Ist zwar schon sechs Minuten, aber egal. So, bitte. Schnelleren Vorlauf. Kennt es ja schon alle. Habe ich euch ja eben da erklärt. Gleich haben wir Wasser. Und setzen wir die Pumpe hier hin. Da ist sie. Den Brunnen machen wir auch gleich. Das Archiv noch nicht. Pumpe, bitte. Brunnen. Dorf Mittelpunkt. So. Was haben wir hier? Bauen, bitte. Auch nur eine Minute. Und die Wasserpumpe bitte priorisieren. Damit wir das auch mal sehen hier. Oder vorwärts. Damit das mal vorwärts geht. Dann muss ich die nicht anklicken. Ja, endlich. Ja, fünf Holz fehlen noch. Die sind aber eher mit ihrer eigenen Unterkunft hier beschäftigt. Die Herren und Frauen. Und dann sind die nackt. Nur mal so als... Ja, jetzt haben sie kein Wasser. Warum? Weil sie die Wasserpumpe nicht bauen wollen. Mann, Mann, Mann. So, die Tools sind erstellt. Ähm. Irgend das hier. Nugget Water needs minus 10%. 16 Minuten. Guten Tag, du. Ähm. Wieso kann ich eigentlich... Weiß ich jetzt überhaupt nicht. Des nicht. Ist doch aber blau. Oder darf ich dann... Machen wir das dazu. 30 Sekunden. So, habt ihr es jetzt? Nö. Die Nacht bricht an. Wie weit? Ja. Du kannst auch da jetzt gerne... Oh, hier kommen gleich zwei. Okay. Wo seid ihr? Da sind sie. Okay. Kleidung auch. Okay, die Wasserpumpe sollte gleich funktionieren. Gleich haben wir es. Ah, du nicht. So. Fischerei. Fünf Minuten. Zack. Wasserpumpe ist da. Warst du jetzt der Brunnen? Ja, du warst der Brunnen. Du warst der Brunnen. Mach den Brunnen bitte fertig. Okay. Die Ingenieure brauchen wir dann relativ zügig. Sonst, wie wir es ja, gehen die Gebäude wieder kaputt. Was haben wir eigentlich alles schon hier? Äh, da sind sie schon. Ja, mitten rein. Komm, komm mal hierher. Dreh dich mal ein Stück. Äh. Du hast, du hast Blick auf See. Nach dem Brunnen gleich die Ingenieure machen. Da ist er. Fertig und priorisieren bitte. Ja, das könnt ihr auch machen. Das ist mir jetzt auch egal. Am Anfang haben wir noch genug Wasser. Das passt. Okay. Die Steine liegen eigentlich da. Wald ist da. Sollte eigentlich alles grün sein. Gut, da sind jetzt zwei beschäftigt. Wie sieht eigentlich hier aus? Okay. Fertig? Das Kind schon da. Auch keine neun Monate. Okay. Als wir da bräuchten. Eigentlich eine Farm nicht mehr machen. Wieso kann ich die Iterie jetzt nicht bauen? Achso, weil es blau ist. Jetzt kann ich mal gelb. Äh. Starmina. Acht Minuten aber. Auch eine Ansage. Wie sieht es denn hier aus? Das hat nur noch 94 Prozent, ne? Die Pumpe. Präsident. Äh. 85. Geht schnell runter. Was kommt denn da hinten? Ein Sandsturm? Scheint doch die Sonne. So, Engineers. Äh. Und dann nehmen wir halt auch gleich einen weg. Ja, ist halt so. Gleich, äh, keine Zeit verlieren. Sollte ja gleich mal anfangen zu reparieren. Was haben wir hier eigentlich noch Schönes? Haben wir schon noch irgendwas? Äh, das ist das Reservoir. Eigentlich brauchen wir das jetzt noch nicht. Ja, komm. Wir brauchen mal das Archiv. Das setzt er mir mal da hin. Können wir abspeichern. Dieses Geruckel da manchmal. Alles schön zueinander. Hier mit dem Wasser sollte eigentlich alles gut aussehen. Jetzt haben wir ja auch da unten zwei Verbrauch von 30. Passt eigentlich alles. Ja, jetzt geht er los reparieren. Jetzt geht er los reparieren. Wie siehst du da eigentlich schon aus mit, äh, 79 nur noch, ne? Aber ganz schnell haben die dann keine Häuser mehr. Ähm. Ähm. Literary. Von fünf Minuten. Bin jetzt fast zusammen fertig. Was? Fishing haben wir? Okay. Ähm. Wenn wir Fishing haben, dann können wir den auch bauen, bevor der Winter kommt. Im Winter ist ja alles zugefroren. Was ist er denn? Habe ich den jetzt nicht? Da ist er. Äh. Kommt dann. Die haben sich verliebt. Was war das jetzt hier? Okay, da brauchen wir ein Häuschen. Ähm. Das ist das Archiv. Die Iteri ist aber jetzt auch schon da, ne? Oder nicht? Nee. Noch nicht. Da haben sie aber viele von den kleinen Fischchen. Muss jetzt nicht sein. Wie sieht's denn hier aus, Jungs? Braucht schon viel, ne? Komm mal her. Ja, lass dich mal begutachten hier. Da ist er. Kann ich ihn eigentlich rausheben und dann landsetzen? Nee, wollen wir nicht, ne? Wollen wir nicht machen. Ja, haben wir den Baum kaputt. Macht mir aber jetzt nicht das Essen da weg, ne? Also wieder keine Supporter. Warum? Muss essen gehen oder so. Oder schlafen. Der ist, glaube ich, neu. Huch. Okay, hier. Können wir hier reingucken. Ja, nehmen wir den Stein da weg. Der ist eh im Weg. Du kannst was trinken gehen. Das ist schön. Diesen einen Brunnen haben wir da ja. Mehr Brunnen brauchen wir jetzt aktuell nicht. Das dauert ein bisschen lang, ne? Ich habe mal Gas hier, Carl Otto. Wir kennen das ja alles schon. Hier ist ein großes Steinfeld noch. So, wie sieht es da aus? Fünf Holz noch, bevor sie bauen können. Ich will euch ja mal zeigen, diese Aufgabenquests, die es da gibt. Ich habe das vorhin schon mal angetestet. Leider habe ich dann eins weggekriegt. Sag ich, das würde ich nicht. Darf ich ja machen. Ja, und dann hing das da fest und nichts ist mehr passiert. Schade. Wenn ich das gerade mal zeigen dann. So, Cooking Research. Was ist denn das hier überhaupt? Local Business. Ja, das ist gut für... Huch. Hatten wir es gewählt? Nee. Wie wähle ich denn denn wieder ab? Cancel Research. Genau. Yes. Ähm, du. Research. Und du, bitte. Alles klar. So, wir haben ja jetzt die Eaterie bekommen, oder nicht? Äh, nee. 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 Yes. Ähm. Mit Blick aufs Wasser. Ja, komm. Auch hier nah ran. Da sind sie erstmal alle noch zusammen. Oh. Noch zusammen. Das baut ihr mir jetzt bitte. Und was wir dann noch ganz dringend brauchen, ist ein Arzt. Den haben wir jetzt aber noch nicht. Achso, hier. Bitte. Ähm. Nee, du. Bist jetzt Fischer. Ohne was zu essen bei. Solange es noch nicht Winter ist. Solange noch kein Winter vorhanden ist. Fährst du raus? Jawohl. Alles klar. Wie geht denn das hier aus? Gar nicht wirklich viel, ne? Aber hier alles okay. Was ist das denn überhaupt? Achso, das Alter. Ist ein bisschen dunkel. Wollt ihr nicht mal irgendwie so Lagerfeuer oder so anmachen? Wasser haben wir. Er geht schlafen. Wasser ist doch da. Da oben ist der Brunnen. Immer noch genug, meiner Meinung nach. Der verbraucht, glaube ich, 15. Das sieht man noch nicht. Das sieht man noch nicht. Gucken wir mal ein bisschen beim Bauen zu. Blipp. Äh. Regen. Toll. Oh, ein kurzer Regen. So, jetzt haben wir sechs Erwachsene. Ein Kind. Sieht man da oben. Sieben Erwachsene. So, alles klar. Es ist auch gleich ein Koch zugewiesen. Ach, da kommt ja noch Gewitter. Hier, uhu. Was ist jetzt hier eigentlich auf Koch? Es ist ja noch nicht so kalt. Ist das schon zugefroren? Toll. Schon zugefroren. Hm, nur die Farm. So, jetzt haben wir die Farm.